Sprendlingen in Rheinland-Pfalz. An der regionalen Schule organisiert die Serviceagentur Ganztägig Lernen Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt. An einer Schule finden in dieser Woche vier verschiedene Angebote der Serviceagentur mit dem Schwerpunkt Partizipation statt. Die mobile Zukunftswerkstatt, der Architekten-Workshop mit uns neue Räume, Schülerarbeiten mit Schülern und mit uns neue Partnerschaften. Eine Woche für mehr Partizipation an Schulen, von Eltern, Schülern, Lehrern und außerschulischen Pakt. Und wir versprechen uns halt davon Anregungen zu bekommen, wie wir unsere Schule noch besser und attraktiver gestalten können. Am Montag haben wir Kritiken gesammelt, die uns an dieser Schule stören. Die sollten wir aufschreiben und dann haben wir darüber Plakate gemacht. Muss ich meinen Block mal gerade rausholen? Also ich habe geschrieben, dass wir mehr neue Geräte in die Sporthalle bekommen sollten. Und was noch? Dass es Kohle im Getränkeautomat gibt. Also ich denke, das sind so die ganz profanen Dinge einfach, die Schülerinnen und Schülern auffallen. Also man ist in dem Alter, glaube ich, wir haben es hier mit fünften bis achten Klassen zu tun, die im Landtag sind. Da kann man, glaube ich, noch nicht so ganz gut über sich selbst reflektieren und über seinen Schulattag reflektieren. Und da werden dann einfach so ganz normale Sachen kommen, wie der Unterricht ist langweilig und wir wollen mehr Pflanzen auf dem Schulhof haben. Ich will einen Basketballkorb, sowas denke ich eher. Dass andauernd die Fenster kaputt sind. Also ich finde, an der Schule hier gibt es sehr wenig Respekt. Also hier müsste es vielleicht mal manchmal ein neuer Anstreich geben, weil manche, da stehen auch vielleicht Schimpfölzer an den Wänden. Am Dienstag hatten wir die Visionsphase. Da haben wir aufgeschrieben, was wir verändern wollen, unsere Träume, Anfang dieser Schule und so. Also wir schreiben gerade auf Plakate auf, was unsere Traum Schule wäre im Unterricht. Das heißt halt, wie sich die Lehre verändern sollten oder halt die Umgebung von uns, halt so die Klassenseele und so. Dass die Tische und die Stühle besser sein sollten und dass die Klassenzimmer größer sein müssten und auch, dass wir mehr Regale bräuchten. Also ich bin bei dem Kaugummi und Handy, dass das wieder erlaubt werden soll. Ich wünsche euch ein Schwimmbad. Wir haben das Visionenthema halt, jeder kann seine Meinung sagen und wir sollten halt überlegen, was wir mit der Gruppe, was wir so aufsteigen. Und wir haben aufgestimmt, dass man seine Meinung sagen kann und wir haben schon viel und wir überlegen noch da, was wir noch aufsteigen können. Wir legen heute los mit der dritten Phase, der Realisierungsphase. So realistisch, wie es geht. Das bedeutet für uns, heute ist der Tag, wo richtig rangeklotzt wird. Oder besser gesagt, wo ihr richtig ranklotzt. Thema Unterricht und wir wollen jetzt im Computerraum Zeugnisse schreiben für die Lehrer. Also wir arbeiten heute an dem Thema, dass wir haben heute uns überlegt, wie wir zum Beispiel die Disco einrichten sollen und so. Was für Probleme wir kriegen könnten, wenn wir versuchen, die einzurichten und so. Und dann haben andere zum Beispiel noch andere Themen gemacht. Ich finde, dass Schule ein ganz wichtiger Ort ist, an dem Demokratisierung der Gesellschaft stattfinden muss. Und sehe leider, dass die Schulen das nicht schaffen, was nicht die Schuld der Schulen ist, sondern ein Systemfehler, wenn man so will. Und ich bin auch hier unter anderem, weil ich glaube, dass solche Veranstaltungen einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass ein neues Bewusstsein entsteht für ein Miteinander, das im Grunde ohne viel theoretisches Blabla das beschreibt, was in meinen Augen Demokratie ist. Ja, also erstmals kommen sehr viele Ideen, die sind sehr zaghaft, die verfeinen sich dann während dem Modellbau. Und Schritt für Schritt kommt immer mehr dazu und die Kinder spüren dann erst, was richtig fehlt, wenn sie so mit sich und der Gruppe befasst sind. Also dann sprudeln plötzlich die Ideen und da werden auch die Pausen gerne drin geblieben, wobei wir immer auf die Pausen hinweisen. Also wir wollten auf dem Schulhof einen Fußballplatz und probieren, durch das Modell einen Fußballplatz zu kriegen auf dem Schulhof. Also ich mache die neue Pausenhalle. Wir wollen den Kickerraum neu machen, weil bei uns da stehen nur so ein paar Sachen rum. Also wir wollten, dass wir da so eine Couch hin machen und dass wir dann die einzelnen Geräte im Raum verteilen. Die meisten Schulen sind in den 70er Jahren gebaut, vermutlich diese Schule auch, genau weiß ich nicht den Bauzeitpunkt. Und die Schulen sind einfach in die Jahre gekommen. Und an fast allen Schulen gibt es so etwas, was wir Architekten Sanierungsstau nennen. Es wäre überall Sanierung notwendig und wir sehen es ja in den Modellen und das erleben wir an jeder Schule. Die Toiletten sind in einem schlechten Zustand. Ja, sehr wichtig. Hallo. Kinedien sind sehr wichtig, finde ich. Schauen Sie doch mal, waren Sie schon da drin, in dem Spielraum? Noch nicht, da müssen Sie mal rein, das ist hässlich. Also das ist gar nicht schön. Der Billiardtisch ist kaputt, die Kicker, da fehlen ein paar Bälle, die Farbe ist um, also hässlich. Naja, kann man nichts machen. Also versuchen jetzt ein paar Ideen rauszukriegen, also was wir finden. Aber eigentlich schon. Ja und danach, also hoffentlich wird es umgesetzt. Ich war im Briefing dabei am Freitag und ich weiß halt nur, dass sie eine Samensausbildung gemacht haben. Das ist eine Abkürzung für Schüler, arbeiten mit Schülern und das sind sogenannte Lerncoaches. Also Schülerinnen und Schüler bieten AGs an und leiten die auch selber. Wir versuchen, Schüler von der 5. bis zur 7. Klasse bei den Hausaufgaben zu helfen oder zu betreuen in der AGs oder beim Essen, dass da keine Unordnung passiert. Es fängt nächstes Schuljahr an, bei den 7. und 8. Klassen und dafür wurden wir auch ausgebildet. Dann waren wir drei Tage lang in der Schule und haben dort halt besprochen, was man bei Unfällen macht und haben Plakate gemacht mit unseren Bildern und für was wir Spezialisten sind, zum Beispiel Mathematik oder Deutsch und sowas. Wir wurden ausgebildet, wir durften freiwillig hin, da durften wir eine zu einer dreitätigen Ausbildung. Die ging immer von halb 8 bis halb 4. Da haben wir halt beigebracht, was wir machen müssten ungefähr, so wie wir halt die Kinder beschäftigen können. Auch irgendwie, wie man helfen könnte bei den Hausaufgaben, Lerntipps. Ja, das war es eigentlich schon. Also was ich natürlich merke, wenn ich mit außerschulischen Fachkräften arbeite, in den unterschiedlichsten Bereichen, dass dieses Thema, wie gehe ich mit dem schwierigen Verhalten von Schüler und Schülerinnen um, das kommt immer wieder. Das ist ein häufigstes Thema, dass Leute das Gefühl haben, ich weiß nicht so recht, wie mache ich das. Wenn die Schüler untereinander Streit haben, wie greife ich da adäquat ein, das ist so der eine Bereich. Und der andere ist dann auch, wie gehe ich damit um, wenn die mir gegenüber sich, ich sag mal, daneben benehmen. Und darauf habe ich mich jetzt ein bisschen eingestellt und möglicherweise wird es dann mehr das eine oder das andere und dann muss ich eben flexibel darauf eingehen. Von der Bedeutung her würde ich es sehr hoch einschätzen, auch weil die Zukunftsherstatt mit dabei war. Ja, weil wir damit jetzt auch Fuß gefasst haben und ich glaube, auch mit dem Produkt Film und mit den Ergebnissen hier, wir sehr wohl sehr gut auf Werbetour gehen können. Und vielleicht dann auch bald der Funke überspringt, wenn es nicht Zukunftswerkstatt ist, doch mehr auch nochmal an Beteiligungsgeschichten in Schulen zu fahren. Es ist schon nett, dass sie uns helfen wollen, an der Schule was zu bessern. Weil die Jugendlichen haben mehr, also die wissen mehr, was Kinder wollen als Ältere. Weil das ist dann hier so, also wird dann halt besser. Also dann können wir das so selbst bestimmen. Weil das Spaß macht und man lernt auch, was man verändern kann. Ein vieles. Die mobile Zukunftswerkstatt hilft und verändert die Schule mit Dingen, die wir Schüler auch gerne haben möchten. Ja, und verändert. Musik Vielen Dank.